Toll Sackgasse Ups Das wollen die nicht Da müssen wir wohl zurück Das war nur Hä? Wieso sagt mir der Fall, ich muss nach oben? Das Boot ist doch hier unten Mal gucken, wann Ja, okay Aber du Komplett lost der Fall Man kennt's Sieg Sehr stark Mal den optionalen Weg jetzt auch Geschafft, easy Null geheilte Gesundheit Ganz genau Von dem der Regeneration eben besser 25 Sekunden Abklingzeit 86 Gesundheit geheilt 75 Und 25 Okay Kann ich irgendwo Pfeile kaufen, Leute? Das ist die Frage der Fragen hier Oh, ich kann direkt Direkt weitermachen Okay Kakteenschlucht Kürbisweiden Oder Redstone Redstone Klingt geil Guck mal, wir haben hier Eins Zwei Drei Vier Fünf Ah, nicht mehr so viel Aber Für den Anfang Nicht schlecht Ja, empfohlene Kraft 16 Let's go Kakteenschlucht Alter, guckt euch den Den fucking Zauberer da an Oh oh Das wird schwierig Der Erzilliger will mit Hilfe einer Macht Die Tiefe in einem uralten und vergessenen Wüstentempel ruht Eine Armee aus Untoten beschwören Diesen Tempel zu finden Ist jedoch keine einfache Angelegenheit Denn der Zugang liegt versteckt in einer tiefen Schlucht In der sich vergessene Geheimnisse Aber auch hinterlistige Kreaturen verbergen Ja, viel Spaß beim Finden So Geiles Haus Haben wir wahrscheinlich übernachtet Natürlich wie in jedem Spiel erstmal Zurück gehen und schauen, ob man irgendwas einsammeln kann Okay Nichts derweil Ups Alles klar Oh 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 Das ist natürlich Oh shit Ja moin Ach ist das der Gegner da hinten Okay, das ist so ein Schamane Muss man ja auch erstmal wissen Toll Nach links geht's weiter Also gehen wir erstmal nach oben Mit nichts Toll Da unten ist auch nichts Schade Alter No Shit Creeper hat mich erwischt Oh geil Okay Weg mit dir Hey, was soll das denn Äh Okay, hier gibt's nichts weiter Ich laufe einfach ein bisschen mit Karte rum So So doll Stört die ja gar nicht Dann seh ich wenigstens wo ich langlaufen kann Oh scheiße Jetzt kommen die Bogenschütze Äh die Äh die Armbrüste So heißt dat Wo ist der Schamane Oh Megatruhe Megatruhe Legendary Äh Oder auch nicht Was soll dat denn Alter Komplett hops genommen Ganze Mannschaft Alter Okay Diese Explosion ist schon krass Mann, was soll dat denn Lass mal hier durch Alles klar Er hat sich selbst umgebracht Wie hoch kann ich TNT stapeln Auf meinem Kopf Oh Gott Alles klar Wird direkt beides geworfen Oh Ich hoffe Ich brauch den nicht Gleich hoffe ich Oh Eieieiei Der Screamer mich gerade erschreckt Warte Ich hab die ganze Zeit Ich wollte Ich wollte die Karte aufmachen Weil ich die Karte nicht mehr gesehen hab Alles klar Wie hoch geht der Turm Wie hoch geht der TNT Turm Alter Mega stark Immer noch full life by the way Übelst geil Okay Okay Rein da Alter Sind das viele Gegner Oh Okay Ich brauch viel mehr von den Von den Seelen Und ich seh grad Dass ich ne Seelenleiste habe Links unten Und je größer das ist Desto stärker ist Mein Ballern Mal kurz warten Wir müssen regenerieren Hier Okay Los geht's Weiter geht's Boah Der Creeper Er musste sterben Oh shit Das wollte ich nicht Mein TNT Guck mal er winkt Ah Jetzt nicht mehr Wahrscheinlich ist es immer noch besser Erstmal auf Damage zu gehen Heißt hier Oh Das hier hin Weil der Standard Damage Wahrscheinlich immer noch besser ist Als diese Tollen Dinger hier So Gewährt ihm mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Sofort nach dem Schuss Einen neuen Pfeil Das ist doch quasi Hört sich fast an Wie unendlich Schießen 233 Prozettigen Wahrscheinlichkeit Okay Jetzt weiß ich auch warum Der Heal einmal so schlecht war Von unserem Heil Item Bam Alter Weg mit dir Ups Guck mal Die Armbrustschüsse sind Durchschießend Also die Gehen durch mich durch Okay Wir haben volle Volle Seelen Hier 60 Leben Und das können wir sogar öfter verwenden Das verbraucht nicht mal komplett Die ganzen Seelen Komm schon Kiste 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 Schade Läuft doch langsam Läuft doch wieder Gucken ob wir hier auch wieder Einen optionalen Oh Vorräte 234 Pfeile 234 Pfeile Ja guck mal wir haben sie fast Den einen Typ Ge-One-Shotted Mit unserem Pfeil Das war mit dem anderen ja gar nicht möglich Ja Wir sollten wohl erst auf Standard Angriff gehen Als auf Spezial Weil die noch nicht so viel bringen Bei uns glaube ich Alter was ist das denn hier Entzöne die Leuchtphase Wir sind hier bei Dark Souls Oder was Alter Die Reichweite Zu krass Zu stark Nein Komplett lost Einfach nur Komplett lost Ja Was hab ich mir bei dem Schuss gedacht Na schade dass man auf der Karte nicht erkennt wo oben und unten ist Alles klar Komplett eingeschlossen Okay Warte Warte Was ist denn das für ein Achso Lol Die Items werden einem fett angezeigt Auf der Karte Alles klar Und wenn du noch ja nichts vergisst Finde ich stark Finde ich Finde ich gut Okay Noch ein Leuchtfeuer aktiviert Wir brauchen noch drei Und ab in den Abgrund geschmissen Das Spiel macht Laune So Man kann es natürlich auch mit mehreren Leuten spielen Aber Äh Da mein momentanes Äh Mein momentaner Schlafzyklus Komplett am Arsch ist Spiel ich die Spiele Wenn Gerade keiner Wach ist Heißt Wir haben es gerade Lass mich mal kurz schauen Wir haben es 3 Uhr 26 Da ist leider gerade Keiner von meinen Leuten Am Am wach sein Oh shit Okay ich dachte Vielleicht ist die Reichweite Einfach nur Over all Und nicht auf tiefen Übergreifend Oh shit 74 Damage ist One hit Jetzt haben wir den Weg zwar freigemacht Aber jetzt hat Der Illager doch auch die Möglichkeit In den Tempel zu kommen Oder Ich will einfach mal hoffen Dass wir hier Schnell durchhusteln Okay nix Sehr merkwürdig Hier auch nix Ziemlich whack Oh god Da ist ne Elite Alles klar Oh oh Ja dat Äh Ich hab den Weg nach oben Nicht gefunden Tada Aber hey Das Elite Das Elite Mobpack ist weg Wo sind sie hin Hier geht's hoch Das ist ne Hektik zu schaffen Keine Chance Ups Oh oh Ja Wenn ich mal Kacke werfe Wenn ich irgendwo gegenwerfe Ist es natürlich besser Wenn ich versuche Leute zu treffen Ah Jetzt weiß ich auch Was diese Seelenresonanz ist Wenn Die Seelenresonanz voll ist Also unser Seelenbalken Dann ballert das richtig Weg mit dir Weg mit dir Okay Sollte die Seelen nicht verschwenden Was ist das denn für ne Wand hier Ziemlich Ziemlich lieblos Würde ich meinen Oh god Krasse Zombies Toll Dieses Schattengewächszeug Ist halt echt Zum kotzen Weil ich es nicht richtig Anwende Level up Geil Über eine neue Fertigkeit Aktivieren So weg mit dir Komm her Da geht's weiter Aber wir gehen dann erstmal Wieder schauen Ob wir vielleicht Eine Kiste finden Die Hoffnung stirbt zuletzt Leute Die Hoffnung stirbt zuletzt Tja Schade Vielleicht gibt's So was hier in dem Spiel Gar nicht Mit versteckten Kisten Bam Scheiß Zauberer Geh weg mit dir Bevor Bevor der Creeper Explodiert Explodier lieber ich Na komm her Unsere Reichweite Ist echt kurz mit den Doppelschwertern Aber was will man machen Was ist das denn Freischalten DLC oder was Achso wir brauchen einen Schlüssel Lol Einen blauen Schlüssel Um genau zu sein Wart 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 Hier denn jetzt Sind das die Schlüssel Oder was Oh 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 Wir brauchen einmal nur rollen Und die Hälfte Fällt einfach in sich zusammen So war's das Das war ein netter Kampf So Wie geil Guckt euch den Schlüssel an Süß Autsch Nein Komm her Also haben die Die haben echt Die haben echt Krassen Die kann ich nicht einfach so Betäuben Die großen Viecher hier Da muss ich dodgen Okay Merke ich mir Okay Leuchtfeuer aktivieren Der Weg endet nie Okay Moin So Komm mit du Goldschlüssel Oh shit So Ganz schnell zum Goldtor Nein Komm her Wenn ihr weglauft Dann rolle ich einfach In eure Richtung So Alter Komplett explodiert Wir sind die neue Art Von Creeper Die stärkere Variante Davon So Da müssen wir ja gleich Beim Eventuell beim Tempel sein So So Sollte ich öfter machen Rolltaktik Und dann ballert es einmal Ja Ja das ist Gute Taktik Ciao Das ist eine sehr gute Taktik Wieso bin ich da nicht Er schon drauf gekommen Alter 74 Damage ist halt auch echt krass Anscheinend Oh Wollte eigentlich mein Totem Hinstellen Zum Healen Okay da geht es weiter Noch ein paar Pfeile Jetzt haben wir wieder 330 Stück Wieso haben wir denn eben So wenig Wegen dem Boss Stimmt Da habe ich ja komplett Reingebuttert Hä Was hört sich denn hier so an Ist hier Lava in der Nähe Okay Jetzt ist es weg Der Sound Oh oh Doppelter Schaden Oh oh Was haben wir denn noch Schneller und rasend Ach du Scheiße Oh Gott sei Dank Wo ist der letzte Verzaubert Skelett Jawohl Aber schade dass sie keinen Dauer Keinen garantierten Drop haben Weil sonst Es lohnt sich ja quasi nicht Gegen die zu kämpfen Weil ich weiß nicht ob die mehr Erfahrung geben Oder sonst was Deswegen Macht das nicht so viel Sinn Gegen die zu kämpfen Eigentlich So natürlich Außenrum Okay Da gibt's nix Guck mal auf der anderen Seite Nochmal Ne Ihr könnt überall In der Kiste sitzen Oh oh Du Scheiß Illager Bam Alter Alles klar Das läuft doch Wie ein Länderspiel Das war die zweite Welle Schon Dankes Oh shit Das waren viele Creeper Oh man Komplett hops genommen Easy Neues Event Tür geöffnet Let's go Let's go Let's go Looten Looten und leveln Looten und leveln Und es gibt hier einfach Gar nix Das ist doch belastend Naja aber es ist Ja nicht immer Verständlich was zu finden Deswegen ist es umso schöner Wenn man mal was findet Naja Hier kann nix sein Ne hier ist auch nix Hier ist auch nix Okay Da ist der Tempel Das heißt wir sind am Ende Des Levels angekommen Oh das ist so ein Tempel Geil So ein Wüstentempel Du hast den uralten Wüstentempel gefunden Auf welche Schätze Und Entdeckungen Wirst du wohl darin stoßen Das ist eine gute Frage Das ist eine sehr gute Frage Was wir darin finden werden Level 13 Gehalte Gesundheit 74 ist gelogen Besiegte Kreaturen 92% Komm Was geiles Äh Wenn das Windhorn Durch die Wälder Der Oberwelt tönt Zittern die Kreaturen Der Nacht Vor Furcht The fuck Stößt Gegner von dir weg Und verlangsamt sie kurzzeitig Na aber das ist nicht Unser Unser Go Oh guck mal Wir haben hier sogar Einen noch stärkeren Bogen Ja let's go Dann haben wir hier Bei verzauerten Gegnern Mehr Schaden Ah lol Let's go Alter 13 18 Gesundheit Heilung Einfach so for free Nehmen wir doch gerne Kann man die eigentlich auch verwerten Ne die kann man nicht Die kann man nicht verbessern Das brauchen wir nicht Das brauchen wir nicht Voll geil Viel haben wir Viel haben wir Ja auch einmal geht noch Oh guck mal Das Schwert hat halt Hat halt 22 Damage Doppelt so viel Unser jetziges Schwert Ja komm No risk no fun Alter Einigen Einigen der Angriff Kann unverzüglich Ein weiterer Angriff folgen So Nehmen wir das einfach mal Der ist schlechter Lassen wir auch mal sein Können wir noch mal Kurz Ne Waffe 26 Alles klar Alter Können wir das hier wieder Wegschmeißen Chef Deine Pfaffung Durchsie mehr Schaden Alles klar 26er Damage Let's go Alter Ah guck mal Den Wüstentempel haben wir Freigeschaltet Dann gehen wir aber erstmal In die Kürbisweiden Wir nehmen einfach immer Die vorgeschlagene Schwierigkeit Die ist ja nicht gerade ohne Alter Jetzt kommen wir in eine schöne Herbstlandschaft Voll nice Ist schön Dass die ganzen Level so variieren Das finde ich super Weil jedes Level hat Und so seinen eigenen Touch Die Raubzüge der Illager Haben dieses einst fruchtbare Land In Ödnis verwandelt Nur ein einziges Dorf Blieb bisher verschont Beeil dich Held Du musst die Dorfbewohner Vor dem bevorstehenden Kampf warnen Du bist ihre einzige Hoffnung Jawohl Direkt Pfeile Können wir die gleich mitnehmen Jetzt greifen wir natürlich langsam an Und haben keinen Heal mehr Ich höre doch schon die Gegner Alles klar Ich brauche nicht schnell angreifen Wer die Gegner one shotte Alles klar Ja auf jeden Fall erstmal auf Erstmal auf den Standard Damage gehen Ups Let's go Alter Der Damage ist da Sehr nice Die Waffe ist auf jeden Fall stark Oh 72 Damage Let's go Wir anmerken Dass unsere Rolle Einfach schon 74 Damage macht Alter was ist das denn hier Voll die Schneise im Berg Hat hier einer Strip Mining betrieben Oder was Ich glaube wir Ich glaube wir brauchen nicht Nach Kisten suchen Bam 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 Geht's hier weiter Ne hier ist eine Sackgasse Aber eventuell Ist hier ein Dungeon Sehr geil Kein großer Aber vielleicht gibt's hier eine Kiste drin In den Dungeons muss es eine Kiste geben Das ist die Regel Oh es Ich wollte grad sagen Es geht noch eine Ebene weiter Aber hier ist die Kiste 21 Damage Ach guck mal Die Die Schüsse sind Wir nehmen die Schüsse nicht mit Wir haben wieder nur 74 Das heißt die sind Level gebunden Die Schüsse Das ist Schade Und diese Heilung ist mal Kompletter Müll So Durchbohren Effekt So Einfach mal machen hier Mir geht jetzt erstmal auf den Standard Damage Okay hier ist nichts Äh hallo Okay Das war's wohl Aber hat sich gelohnt Zwei Kisten Pfeimerals Geil Mal gucken ob es auf der linken Seite auch noch einen Dungeon gibt Bevor wir unsere Mission weitermachen Und versuchen das Dorf zu warnen Talk Oh Bin Lavender K screen Pfeimer En ình